Hallo, einen wunderschönen guten Abend. Hier ist High Power Station mit der Keep It Real Crew. Hot Tool. Wir sind hier live in der Distillery in Leipzig. Und wir haben unsere neue Rubrik 5 Fragen an. Heute mit der Keep It Real Crew aus Bayern Butterberg. So, Frage Nummer 1. Also wir machen das jetzt und dann nach dem Dance nochmal, weil wir das witzig finden. Frage Nummer 1. Was sind eure Erwartungen an heute Abend? Schnelligen. Schnelligen. Ich glaub so geil. Ich glaub so geil, wir waren noch nie hier. Aber ich glaub, wir fressen nicht mehr. Ich glaub High Power auch. Wir haben uns vorher vorgenommen, zu suchen die ganze Nacht Munga on a Rebel zu spielen. Und gucken wie es halt ankommt. Wir haben gedacht, wenn man Munga spielen kann, dann hier. Schwierig. Alright, cool. Passend zum Thema. Was ist euer aktueller Lieblings-Tune? Puppi. 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 Alles in Ordnung. Puppi. Family. Massika. We don't know. Puppi. 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 Bayern! Bayern-Bretterberg Represent, und... jetzt noch eine lustige Frage. Was ist ein Geheimnis von euren Touren das euer Sound-Oner niemals wissen darf? Das war's soweit. Erst mal fünf Fragen an Kip pit. Wir sehen uns später. Tschüss! Musik 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 Sie haben ja gesagt, dass viele Leute hier die AfD sind. Baut ihr den Pussi? Ich hab gesagt, dass wir aus Stuttgart spielen können, kann ich mal was aus Stuttgart spielen? Ich hab gesagt, dass wir aus Stuttgart spielen können, dass wir aus Stuttgart spielen können. Ich hab gesagt, dass wir aus Stuttgart spielen können, dass wir aus Stuttgart spielen können. Ich hab gesagt, dass wir aus Stuttgart spielen können, dass wir aus Stuttgart spielen können. Kabel, mein Freund. Keep it real rich. Jetzt noch, wie angedroht, die fünf Fragen nach der Party. Erste Frage, seid ihr betrunken? Ja. Frage 2. Was war heute euer aktueller Lieblingstune? Munga, Anna, Rebel. Habt ihr überhaupt nicht bestellt? Lügner. Munga. Im Herzen haben wir das ganze Abend. Ich sag mal so, Karteil 1 bis 26. Alright. Karteil 27 war auch gut. Ja, okay, ich nannte auch. Karteil 27. Und Big Up High Power, den ihr gespielt habt, der war auch. Der eine? Shane auch. Shane auch. Ja, Mann. Milf Fischer. Ja. Milf Fischer? Milf Fischer. Ich weiß nicht, ob es noch andere Power gibt. Next Frage, die haben nicht so viel Zeit. Wir haben gefragt, was kann man von der Kibiriko erwarten? Wie wart ihr mit eurer Performance zufrieden? Selbstkritik. Immer erst mit dem guten anfangen. Wir haben gut ausgesehen. Wir haben gut ausgesehen und negativ. Was kann man noch besser machen? Ja, also beim vierten gut ausgesehen. Ich hab beim vierten Übergang so ... Der war richtig scheiße. Ja, ja. Da waren mit der Lautstärke. Da sind auch ein paar Leute gegangen. Ja, ja. Direkt dann. Ja, Alter. Die haben ... 80 Prozent. Dann hat halt der Übergang nicht ... Als Biniman gegangen ist und die anderen halt mitgekommen. Ja. Die Exos sind alle los. Zum Parkplatz wird ja keiner der Letzte sein. Ja. So. Freut ihr euch schon? Die letzte Frage auf High Power Radio Staffel 2. Ja, und wie, Mann. Wann kommt sie endlich? Sehr gut. Wir werden jetzt rausgeschmissen. Frühling. Alles klar. Frühling 2018. Ich hab das noch 10 Sekunden Zeit, das selbst zu sein. Ach so. Habt ihr irgendwas zu promoten, was im August oder so stattfindet vielleicht? Hm. Keep it Rico. Keep it Rico. So. Vielleicht mal ... Log on. Sommer. www.keepitrealjam.de and get your tickets. No. Eww. Keep it Real Jam. Haltet euch auf jeden Fall mal den 13. April und den 18. April frei. Sollen wir es verraten? Sollen wir es als allererstes High Power Station verraten? Ich wäre dafür, aber ich bin vielleicht befangen. Jetzt habt ihr aber schon angefangen. Okay, also 13. April. Keep it Real Jam on the Road in Kempten. Parktheater Kempten. Mit ... Mit wem? Oh, gosh. Der Bombo. Mit T-O-K. Mit T-O-K. Mit T-O-K. Mit T-O-K. Und Co-Pow Movement. Und 28. April. Keep it Real Jam on the Road in Mannheim. Mit Bounty. Kempten. Oh, Killer. Also ... Die was jetzt hier zu viel Konten. Die Leute sind da ganz kurz ... Entschuldigung, ihr seid das von uns nicht gewohnt, dass so interessante Infos so was weg. Das stimmt alles nicht. Wir haben vorher die Flyer kurz schnell gemastelt. So, das findet natürlich alles so nicht statt. So. Falls so was da stattfindet, hört ihr das bei. Keep it Real Jam on the Road. Ja, man. Big Up Keep it Real Crew. Watch out. Big Things, Agoan. High Power. Super. 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 Und bloß eigentlich der Verrückte, der vorher noch stand, wo ist ... Er wurde abgeholt mittlerweile. Ja, ja, ja. Prima! Prost! Auf Wiedersehen! Cheers!